Sie besichtigen jetzt mit mir eine WG-fähige 3-Zimmer-Wohnung in Geidorf, direkt neben der Karl-Franzens-Universität am Geidorf-Gürtluch. Wie man sieht, hat man einen wunderschönen Blick ins Grüne. Die Zimmer sind alle getrennt WG-bar. Sie sehen wieder den Vorraum, von welchem man ins Badezimmer kommt, das vor ein paar Jahren neu renoviert wurde, genauso wie die Toilette. Anschluss zeige ich Ihnen die Küche. Wie man sieht, befindet sie sich in einem guten Zustand. Und auch auf die andere Seite hat man einen Blick ins Grüne. Der Balkon ist zwar klein, aber vorhanden. Von der Küche kommt man wieder in den Vorraum. Abschließend zeige ich Ihnen den letzten der drei Räume. Wenig kleiner ist, aber auch durchaus benutzbar. Wie Sie sehen, ist die Wohnung bereits leer. Und kann jederzeit bezogen werden, beziehungsweise auch besichtigt. Vielen Dank.